Kann ich Äpfel von dir haben? Lass mal deine Rüstung hier Kornhelm, yeah Und 6 Brot Das ist nicht mit Brot, ich will Äpfel, hallo? Ja gut, dass ich mich nicht verlaufen habe, ohne Kompass würde ich niemals zurückfallen Ja, ich finde auch mit Kompass nicht zurück Wie gesagt, dem darfst du nicht glauben, der gefällt dir für dich falsch Ich bin zu Hause toll, ich weiß nicht, wo ich bin Und ich muss nochmal zurücklaufen, zur Höhle So, man kann jetzt mit der U-Bahn vom Lagerraum aus direkt bis ganz, also zumindest bis fast ans Ende der... Ich hab keine Ahnung, wo ich bin Ja, das ist super Also, ich hab ein Haus gefunden, ich hab ein Haus gewonnen Hexenhaus Welches ist das? Welches ist das? Nein, ich bin ja, ich bin am Strand der Haus Und die Map hängt hier Ja, die hängt da Also, du musst die abschlagen, wenn du brauchst Nö, das bist du ja, ich bist du wahrscheinlich Nö, das bist du ja, du bist du wahrscheinlich Das ist nochmal geil, wenn alle Play-Spieler drauf angezeigt werden Das tun sie doch normalerweise oder nicht Eigentlich ja auch schon, aber ich weiß nicht, warum... Nee, der wütigt sich nicht Dann befiegt sich nicht der Punkt, geil, Map Schlag die mal ab und braun sie mal neu auf Vielleicht hängt die irgendwie... Sie backt... Ja, ist halt alles mit neuen Update, angeblich Backfix ist ohne Ende Ja, und da haben halt neue Reinkommen Ja, wir haben damit zu viel, dass ihr gefixt worden Ja, die haben Back gefixt Und zwar so, dass es dann auch schlimmer wurde Ja Also, wie gesagt, U-Bahn-Baut ist jetzt kein Problem, ganz kurzer Weg dahin Wieso, ich freue mich nicht zu sehen, du gehst einfach stürzend So, ja, hallo! Ja Ach so, hallo, guten Tag Hi, why Hallo, neulich hab ich seit 30 Jahren nicht gesehen, finde ich Wer zuerst du? Ich kenn' mich Mein ich stürzen Geh aus meinem Einflussbereich Warum bin ich mit dem West-Town hierhergekommen? Womher bist du nicht hierhergekommen? Warum bist du mit dem West-Town hierhergekommen? Ich hätte das dann in das Feldman-Gönesfeld Ja, ja, yeah Sofort-Dürm von dir So-Dürm Da hast du eine Häusche in der Kiste drin, da ist er so Mensch, ich hab' die Häusche abgeschlagen Ich nicht Bodenschätze, Redstone Ich hab' da was anderes verstanden Wir haben doch auch eine Redstone-Kiste, haben wir? Ja, was kann man wohl am Boden falsch verstehen? Ähm Nichts rennt sich auf Öse Ich hab' Bodenschätze Ja, Bodenschätze So, mein Mann, ich hab' das mir gerade weggefahren Bodenschätze Ja, ja Wir haben auch eine Wohlenschätze zu sehen Oh, ja, das ist das Grausam Wir müssen mal Karotten finden Was ist am Boden so schlimm? Boden ohne B Oden Und jetzt mach' nur ein I da dann Äh Ide? Iode? Iode? Iode Iode So, Eisen haben wir hier auch Schmelzen wir mal Ioden Hohoho Ja, Idioten, genau Und wo immer noch ist, was du mir geklaut hast Oh Was hast du gemacht? Wer? Julian Achso Ich hab' nichts gemacht Ich schieb' dich an Aua Oh, Entschuldigung Warum funktioniert das nicht? Weil du dumm bist Weil du direkt dran standest Weil du dir ein ganzer Block hin musst Ach, ich hab' Oha Das ist jetzt mal zwei davon aufeinander, dann geht das Okay Äh, kannst du mal bitte ein paar Äpfel haben von mir? Ja, und gib' mir mal ein paar Äpfel Julian, geh' mal da weg Das kann ich nicht setzen Gib' mir mal ein paar Äpfel Ja, ob ich Äpfel haben kann Du hast gesagt, ob ich Äpfel von dir haben kann Nein Du hast gesagt, ob das ist Äpfel Äpfel von ich zitiere Ich zitiere jetzt Ich zitiere jetzt Ich zitiere jetzt Was kannst du Äpfel von mir haben? Fragezeichen Kann ich Äpfel von dir haben? Es war dann noches zu mir Frauen, hey Ja Und sechs Brot Das ist mir mit Brot, ich bin Äpfel, hallo Ja, hallo, wir sind hier, wir sind hier ein Ein-Apfel-Let's Play Ein-Apfel-Stat Ein-Apfel-Stat Apfel-Stat Wir sind nur Äpfel-Legal Zurück zu 55 Cent Nee, danke Nee, danke, ich bin nicht Eifel nicht Ach komm, ich verzaubere mal Level 14, was ist das noch höher? Ich bin 39 Toll, kannst du gleich eine ARD am Schützer verzaubern Wir sollten aber erstmal mehr Bücher machen Soll ich jetzt hier? Wann Rückschluss und Verbrennung? Oh, ich hab Verbrennung, ich hab Verbrennung Aber nicht auf dem Diamant Schwert Alter Warum bin ich dein Opfer hier? Du kriegst auch eine Ich hab Verbrennung, ne, ich würd's nicht machen Ob du sch- Ha, ich hab umgebackt Umgebackt? Ja, im Stein drin Okay, äh, was wollte ich machen? Ich wollte, äh, ich wollte Lass mich Slime-Balls weglegen, die lege ich mal zu Ach genau Äh, Christalalaia Ein Kohle haben wir, äh, da nahm sich glaub ich auch vorher schon Kohlekäste, haben wir eine Kohlekäste? Äh, nee, der ist bei den Bohnenschätzen Dann mach ich mal extra eine Kohlekäste Ja, da ist äh keine Kohle drin, also kann so nicht sagen Holzkohle, ein Holzkohle Hä, wo ist die Holzkiste? Ja, ah, leer, aber schon nicht Die eine Kiste, die, 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 die Holz, sonst was Kramkiste. Hä, was meinst du, ist Holz drin, da ist Holz drin. Ja, die hat nochmal hier so eine Holzkiste mit Zäunen und so weiter drin. Ähm... Was war hier? Nein, die war hier, die war hier, wo Blätter jetzt drin sind. Hier sind Zäune drin. Wo Blätter drin sind. Hier sind Zäune drin. Ja, da war aber nichts drin, ich hab da mal Blätter reingetan, da war es auch gar nicht. Ja, da war ein einziges Schild. Ich brauche ihn jetzt. Netzwerk ist es. Ja, die Schilder hab ich jetzt hier. Obwohl, ich hab ne andere Idee zum Beschriften der Kisten, sag ich mal. Ach, ich weiß. Ja, Bilder dahin hängen, wow. Gar nicht geklaut oder so. Von wem? Warum, dafür sind so gedacht, die eigentlich. Oh, Shoppedia. Ich guck die nicht mal. Ja, ich weiß, das haben sie trotzdem dann vor uns gehabt. Tun wir es an wie die in den Kommentaren, nur weil einer was macht, ist es gleich geklaut. Äh, und vor allem... Ich beuge dem nur vor. Die wurden dafür gemacht, die ihrer... Ja, genau, das sind die eigentlich, wer darfst du Kisten sortieren. Ja, nicht nur. Doch, eigentlich schon. Nicht nur, aber auch dafür. Ja, besorg uns erstmal so viel Leder, dass wir da so viel Rahmen für machen können. Ist ja genauso, als wenn man einen Holzblock setzt. Oh, ist es von Gronkelklau. Oh, Gronkelklau. 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 Du, Jan, guck jetzt. Ogo, Hitler. Ogo, Hitler. Und Gronkelklau. Oder durch, ich weiß. Warum, warum mich nicht durch? Nee? Doing. Ghul, Deutsch. Geh durch. tou�, ich ge получилось. Du was machst, das ist doch jetzt bloß. Es macht ihr da nichts. Komma zu Neemmi mit. Oder nicht. Hirngas. Ey, nightgraf. Ey, Today, aber gehört zu dann. das ist möglich hier im baum ach das ist doch gewachsen nein ich kenne sie gewachsen hier steht einfach nur ein setzten der reihe hat oder wird gewachsen ich glaube das ist ein bisschen zu niedrig ich wollte ja mal versuchen ob das geht auch mal der peter bäume züchten zu niedrig zu wenig Licht wahrscheinlich zu geträchtig nicht der noch 33 kohlen Meter und coolen die Lärm obwohl kann man kann man hier in jedem aufmacht achten zu werden Niederstein lassen wir die Eisengitter ein Niederstein erst mal hier. Nein! Nein! Oh, mit dem ganzen Keyes, das ich hier finde, wir können kilometerlange Wege bauen. Taaah, lauf! 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 Das geht wieder los wie in der Folge, mal, Junge. Nein. Scheiße, im Regen kalt in die Anzünden. Ja! Da kommt's her, oder nicht? Ja, aber das brennt nicht. Gut, ich werde nicht verfolgt, ist ja geil. Ich bin so sozial. Guck mal, jetzt sehe ich euch alle auf der Karte. Na, irgendwelche Entfuss. Peter. What? Was? Was für mich soll? Was ist denn los? Der Kompos hat mich wieder raus teleportiert, ohne dass ich die Macht hab. Ohr raus. Egal. Ne, aber das seh ich jetzt nicht an. MVTP LP. Das seh ich nicht an, dass ich jetzt wegen so'n scheiß Bucky irgendwie... Verrecke. Ne? Verrext. Ich weiß mal, wollte das hier irgendwie rausnehmen, dass er das andauernd irgendwie macht das Nerven. Oh, jetzt ist es gelöst im Lagerraum. Brenne. Oh. Alter. Brenne. Blitz. Blitz. Ich dachte gerade, was hat sich Luca da für'n Schwer zusammenwitz zaubert. Keine Skelett und dann kommt ein Blitz. Du hast fast Peter kaputt gemacht. Ja, mein Haus ist äh... Zum Zweiden. Ein Haus ist nichts passiert. Kann ich jetzt, wenn mein Creeper mich dahin geschießt? Äh... Nein, wenn man das glätt mich dahin schießt. Wissen wir aufpassen, dass er keine Schweine trifft. Auch keine Creeper. Ist ja ganz übel. Ähm... Eisen... Nehmen wir mal... Eins... Starb! Zwei... Zwei... Zwei, vier, fünf... Habe ich dir pein gemacht. Wow! Ich meine nicht dich. So, gehen wir mal hier hin und gucken, was das denn da macht. Du kannst mit dem Minecraft fragen. Mach ich doch! So, gut. Warum setzt dir das Holz wieder so hin? Neun, zehn, eins, zwei, drei... Alter, das ist scheiße! Das ist ja voll schrecklich! 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32... Du musst dann einfach nur dran rauschen hören, du. Alter, ich halt nicht. Okay, 34. Ähm... Ich mach einfach provisorisch, ob es doch viel besser aus. Ganz viel Spaß! Ja, danke. Wo sind denn dieses Block aus Clipshark? Jöy, mein eigener Block. Zwei, drei, drei, sechsunddreißig. Oh, ist das nicht klar. Siebenunddreißig. Die Fackeln müssen auch nochmal richtig später setzen, ne? Ja, das habe ich auch gerade gedacht, wenn du durchfährst. Das ist mir noch lustig. Wo seid ihr denn? In der U-Bahn. In der U-Bahn. Genau gesagt, am Ende der U-Bahn. Und ich habe keinen Cleanstone mehr. Hol mal schnell was. Ich versuche mal gerade so einen Kisten-Minecart zu machen. Ja, das dachte ich auch gerade. Oh, das macht mir Angst. Julian, nein, wehe. Wehe, du drückst den Knopf. Brauch ich nicht. Gibt es einen Minecart. Aua. Steig ein, nein. Steig ein. Lauf. Ich kiss mich nicht, ich kiss mich nicht. Aua, aua, aua. Ah gut, ich bin tot. Du wirst nicht tot. Oh, ein Herz mit meinem Herz überlegt. Scheiße. Lauf, lauf. Okay, also Eisen und eine Kiste. Bei mir leckt das gerade ein bisschen. Und die Kiste bitte nicht kaputt machen. Das sind Sachen, die das nicht zum Baum brauchen. Nein. Nein, ich kann nicht. Hallo. Hallo. Was warst du denn hier? Ach, ich baue hier so eine U-Bahn. Ach, ist doch schön. Ja, das ist ein Hobby von mir. Äh, wir haben kein Clean Store mehr. Ja, dann Back welches. Wir haben genug Kurbel. Backwerk. Wer war das? Was? Nichts. Keiner weiß davon, du redest, aber... Ja. Okay, das funktioniert. You are the owner of this Doge Card. Oh. The Doge Card is owned by you. Kommt dir das da? Weil's dir gehört. Oh, Junge. Alter, wie das Gewitter gar nicht losgeht. Boah, ich will's nicht draußen sein irgendwie. Ne, ich dir raus, ne. Mach das. Hat irgendwie noch einen Regenschirm und, äh... Das war klar. Das war klar. Nicht so schwuchteln, ne? Ich hab Regenschlippe. Boah. Tuta. Boah. Boah. Bis zum nächsten Mal.